So Leute, damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Persona 5. Ich habe hier Fett-Extaller an, aber das liegt einfach nur, dass ich dramatische oder traurige Musik brauche und Fett-Extaller ein geiles Spiel ist. Leute, was ist beim letzten Mal zur Hölle geschehen? Wir wurden hineingelegt. Nachdem wir in Sazed-Dungeon waren und versucht haben, hierher zu verändern, was wir wohlgemerkt nicht geschafft haben, so wie es aussieht, ähm, wurden wir gefangen genommen. Jemand hat es verraten und niemand anders als Akechi. Ich habe es gewusst, man. Ich wusste es von Anfang an, dass, also ich habe in meinen Kreis der Verdächtigen immer angekreist und dann am Ende, ich habe es ja gesagt, es ist Akechi. Ich war mir für eine Million Prozent sicher, dass Akechi den Verräter ist und ich habe ihn auch nicht gehört. Leute, wir haben es geschafft, aber, okay, jetzt kommen wir doch wieder hier zurück zur Persona. Ähm, wir haben es geschafft, äh, in, ja, es zu wissen, aber das hat uns nicht viel gebracht. Wir wurden verhört von Say, wir haben den Prolog nochmal durcherlebt, wurden gefangen genommen, wurden, wie gesagt, von Say dann verhört und sie hat uns geglaubt am Ende. Leute, uns wurde die ultimative Wahl, äh, gestellt, eben auch bisher wie in Persona 4, wo wir am Ende auch dann die Wahl hatten, ne. Hier, da, in Persona 4 mussten wir ja sogar bestimmen, wer der Bösewicht ist. Hier wurde es uns ja im Endeffekt dran gesagt. Wir hatten die Wahl, unsere Freunde zu verkaufen oder eben nicht. Wir haben die Wahl, den Weg des Ruins zu gehen, zu einer Welt, zur Vernichtung und zur Zerstörung oder den Weg für eine neue Freiheit. Eigentlich haben wir den zweiten Weg genommen, aber ich weiß nicht, ob wir den eingehalten haben. Denn beim letzten Mal hat der Ketschi alles eingefädelt und uns getötet. Er hat uns in den Kopf geschossen und wir lang bluten da. Er und Shido, der natürlich der Stippentier ist, was wir ja im Endeffekt schon wussten, ne, stehen nun als die Sieger da. Und, ja, wie der Prolog begonnen hat, das Ende der Phantom-Füster. Maxi Dragonell ist gestorben und ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Aber, Entschuldigung Leute, ich weiß, ich habe das Zitat schon beim letzten Mal gebracht, aber ich finde, das ist so passend. Deswegen bringe ich es nochmal. Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war die Welt zu glauben zu lassen, es gebe ihn gar nicht. Und einfach so ist er weg. Aus den üblichen Verdächtigen ein großartiges Zitat und es passt vielleicht auf uns, vielleicht. Der größte Trick, des besten Tricks des aller Zeiten, ist zu glauben, dass er tot ist. Und dann taucht er wieder auf. Jetzt schauen wir erstmal, ich glaube, jetzt eliminieren sie jetzt erstmal den SUV-Direktor, um alle Spuren zu beseitigen. Wahrscheinlich dann noch Sale. Ich weiß nicht, aber erstmal muss der SUV-Direktor dran kommen. Um den bin ich nicht ganz so traurig. Nein, es kann nicht so sein. Äh, sogar ich... Gott, Gott, verdammt! Shhh! 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 Sigh. Was war das alles, die ihm diese Telefonnummer zu zeigen? Der Phantom Thief Alibaba? Wer ist das? Ich bin Alibaba, ein Mitglied der Phantom Thiefs. Ich frage mich über deine Justizung, Sai Nijima. Wie wissen sie, dass ich das habe? Goro Akechi ist ein Verrückter. Er hat nicht versucht, um den Phantom Thief zu verabschieden. Er kam, um ihn zu verabschieden. Wir können sagen, dass er die Garde verabschiedet hat und verabschiedet hat während seiner Imprisonung. Wie ist das? Ja, der Garde wird einer unserer sein. Wir müssen ihn nachher eliminieren, um die Begriffe zu verabschieden. Aber er hat nicht versucht, was er nicht zu verabschieden. Er hat nicht versucht, dass er die Begriffe zu verabschieden. Wie ist das? Du musst ihn zu retten. Du musst ihn zu retten. Du willst mich zu retten? Save him? Was ist das? Um, nichts. Anyway, was bringt dich hier? Ich dachte, du bist mit deinem Geschäft. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Da wäre kein Grund für jemanden zu kommen hier. Ja, der Guard wird einer unserer. Wir müssen ihn eliminieren danach, um zu verbrechen die Begriffe, aber... Also ist es alles wahr. Natürlich ist es wahr. Was ist das Problem? Es ist ein Kechikun. Er hat einen Moment geholfen, also wird er nicht möglich sein, heute. Huh? Ich habe mich gefragt, um Dinge zu tun. Du? Aber... Ich weiß nicht, wenn du hier bist, sie werden sicherlich von dir verbrechen, um zu verbrechen. Ich sage, du gehst in die Gefahr, wenn du dein Leben verbrechen kannst. Ja, Frau. Ich sage, du sagst ein Wort, was hier verbrechen wurde. Ich sage, du sagst hier. Oh, ich bin sorry. Hm? Also wurde er verbrechen. Das Gruppe war sicher etwas. Ja. Also, die nächste Schuhe hat mich gedacht. Wie geht es dir, wir machen eine Eidl-Sache? Sie wissen, ist das cool? Was ist das? Was ist ein Überraschung. Die Verbrechen, die hinter der Schuhe... Alles ist nur ein kleiner... Und, wenn sie schnell die Begründung der Verbrechen gewinnen, die Polizei sicherlich werden sicher in den Reaktion des Proges. Hm? Na, ich werde sein! Oh Gott, jetzt bitte! Sie sehen, jetzt mal! Es ist ein bisschen wie lange, Ryuji. Huh? Uh, ja... Du hast damit verbrechen so schnell, alle haben sich über dich worried. Es ist dein zweites Jahr, richtig? Du hast noch nicht mit dem Weg? Ich würde gerne sehen dich wieder zurück. Ja. Normal. Right? He's just a high school student. How do you think he was contacting the others? The police here can search any online communications. His accomplices may slip up eventually. Still, it seems the Phantom Thieves' most recent targets have gone comatose. Actual harm has been done here. Given the lack of physical violence, their method is still a mystery. Regardless, the police are looking into attempted murder charges. You never turned it in? That's quite the surprise. I thought I lost it this whole time. I'm sorry. Well, your grades are excellent. And your student council president. I'm sure you'll be admitted anywhere you apply. That one Phantom Thief should have followed your example. You hear? It seems he was caught. Some high schooler. I wonder why he turned to a life of crime. We also received information that the young man was placed on probation for assault. Because of his previous record, he had to leave his hometown. Perhaps his motive lies there. I believe your father can rest in peace now. That Phantom Thief could never have changed anything. Only a handful of people are qualified to alter the world. So you've been coming home late. That's what I've heard. I make a good playmate, you know. We have breaking news. The young man being held in custody has committed suicide. The police have confirmed his death. Although, detectives have not been released. To repeat, the suspect has committed suicide while in custody. This station will continue to report any further updates as they arrive. It may be difficult to uncover his methods now. Perhaps that's why he decided to take this course of action. It can't be... It can't be... You're shitting me. We got him. It would seem as though you have been killed. But why were you killed? Why did you have to die? Do you remember? It seems you forgot an important fact while your consciousness was hazy. Indeed, your death was a necessity for your escape from certain doom. What a tremendous plan. How might you be capable of executing such a feat? Well then, let us rouse the memories which are missing. Hey, they're going! You realized it too then. It was our conversation about pancakes, right? There's no way he could have reacted like that if he hadn't heard me. My thoughts exactly. It was your social studies trip. We met him in the hallway of that TV station. There's no way that this is the first time he's heard my voice. This whole deal feels sketchy. Yeah. It's impossible not to think that of him. Okay. Let's get everyone on the same page right away. There's something else we want you to look into. One more person has been on our mind. If it's possible, I want to eavesdrop on their phone conversation. That'll be tough. I agree. Hmm. I'd have to plant a bug directly on the phone. So it's impossible even for you. I didn't say it was impossible. Hmm. Okay. I've got a plan. That's perfect. Don't worry. I'll tell you the details later. This is gonna be fun. I can't wait. I see. So we're going to use this place. It'll be a gamble. I think it's gonna work. You can't tell a thing. It seems you finally remember. This game is not over yet. There are still things that must be done. It's gonna be fun. But it looks like it's not over yet. Dang, Tanner. I know we'll end up at one question. There's less walking. But I see too tired of it... There we go, who is walking around on the planet. No matter what, he says I should be on. House of the Father in a siellä hall. Name of fans. vontade 있. Es ist der Trickster OC, man. Es ist wie ich gesagt habe, man. Wuh, wuh, wuh. Sag ich dazu bloß, man. Respekt, man. Für den Meister der Diebe, man. Ein, egal im Moment, allein schon, wo Ryoji so gelacht hat, so, hey, war klar, das ist noch nicht das Ende. Das ist erst der Beginn. Okay. Das war's für heute. 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 Und... Das war's für heute. Das war's für heute. We could say, I will... after the day after, I'll... I see. Okay... We'll... 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 We'll...